Herzlich Willkommen zu einem neuen Studium aus dem Buch der Sprüche. Der Titel unserer heutigen Betrachtung heißt Hinter der Maske. Und wir wollen uns heute mit einigen Verhaltensweisen des Menschen beschäftigen, wenn er nicht meint und überzeugt ist, sie sind richtig, aber letztendlich sind sie falsch. Wir haben in unserer letzten Betrachtung gesehen, dass der Mensch so gemacht wurde von Gott, dass er Worte der Wahrheit spricht, dass er diese Worte holt aus dem Brunnen der Wahrheit, aus dem Brunnen Gottes und dass er sie benutzt und umsetzt in seinem Alltag. Und dass es für Worte der Wahrheit zumindest vier Aspekte gibt, die man beachten muss. Und die vier sind, man muss achten auf den Inhalt, man muss achten auf die Kleidung der Worte, auf den Ton, auf die Körpersprache. Man muss achten auf den Zeitpunkt und man muss achten, wen man vor sich hat, was für Worte man spricht. Und wir haben uns letztes Mal über die, ich sage jetzt mal, positiven Eigenschaften gesehen. Wir haben, wir sind eingegangen, dass wir das alles so unter Gottes Führung tun, dass wir weise sind, dass wir Worte der Wahrheit aussprechen, Worte der Weisheit, die von Gott kommen. Und heute wollen wir ein paar Worte schauen, Verhaltensweisen, die offenbaren, dass sie nicht aus der Quelle Gottes kommen, aber die so ausschauen, wie wenn sie klug machen würden, die verführerisch sind. Das heißt, wo hinten rum sich etwas versteckt, was böse ist, aber was vorne so aussieht, wie wenn es sehr gut ist. Und hier brauchen wir als Kinder Gottes, als Menschen, die die Weisheit von Gott lernen, die Unterscheidungskraft, damit wir selber wissen, sowohl wie wir handeln sollen, was wir nicht nutzen sollten, in unserem Reden, in unserem Tun. Und dass, wenn andere zu uns kommen und etwas erzählen, dass wir wissen, wie wir darauf reagieren sollen. Als erstes möchte ich, dass wir uns die Versuchung Jesu kurz anschauen. Als Satan zu Jesus kam, als er 40 Tage gehungert hatte, kam er nicht als eine Gestalt, die zu fürchten war. Er kam nicht als als ein Bettler oder als einer, dem man sagen könnte, okay, der ist irgendwo fragwürdig. Nein, er kam zu Christus als ein Engel des Lichts. Er kam als Gesandter von oben, der jetzt vom Vater die Anerkennung der Fastzeit die Anerkennung bringt, dass der Sohn im Willen des Vaters ist und dass jetzt die Zeit zu Ende ist der Prüfung und Anfechtung. Er kam also als ein äußerlich ganz feiner Bote. Seine Stimme war lieblich. Sein Aussehen war schön und anziehend. Und auf den ersten Blick konnte auch der Sohn Gottes nicht sehen, wer dahinter steckte, wer sich verbarg hinter dieser Maske, wenn man so will, hinter dieser Schau. Und dahinter verbarg sich der Verführer. Es war nicht dieser Engel des Lichtes, der von Gott kam, sondern er kam, um den Sohn Gottes zu verführen. Woran hat ihn unser Heiland erkannt? Damit er nicht eingegangen ist auf diese doch so herrliche Gestalt. Er hat ihn erkannt. Nicht an der Art seiner Reden, sondern an dem Inhalt seiner Worte. So, wir haben gesehen, dass wir müssen wissen und kennen das Was. Wir haben gesehen, wir müssen auf den Inhalt unserer Information ganz genau achten und Bescheid wissen. Hier kann man spielen. Hier kann man ein Bild annehmen, eine Maske tragen, so wie wenn man der Lieblichste und Feinste ist. Und es mag auch der richtige Zeitpunkt gewählt sein, um jemanden zu verführen. Es ist aber entscheidend, dass derjenige erkennt, woher die Information kommt. Und Jesus erkannte am Inhalt des Gesagten, dass vor ihm nicht ein Freund stand, sondern ein Feind. Er erkannte, dass der, der zu ihm kam mit so einer herrlichen Atmosphäre, wenn man will, nicht der war, der einem helfen will, sondern der, der einen ins Verderben bringen will. Deshalb ist eines der wichtigsten Punkte, wie wir erkennen können, den Feind und wie wir sehen können, woher eine Botschaft kommt, ist am Inhalt der Botschaft kommt, ist am Inhalt der Botschaft. Sie ist entscheidend wichtig. Jesus erkannte an der Fragestellung, bist du Gottes Sohn, so tue das und das. Er erkannte an der Fragestellung, dass da ein Zweifel ist, einer der mit Fragezeichen kommt. Und ich denke, das ist etwas, was wir uns merken sollten. Sicherlich müssen wir Fragen stellen und Jesus hat Fragen gestellt, um Dinge klar zu machen. Aber wenn man kommt und an etwas zweifelt, was schon ganz offensichtlich ist. Bist du Gottes Sohn? Wer bin ich denn sonst? Dann tu das und das. Beweise deine Sohnschaft. Das gab Christus zu erkennen, dass hinter der Maske dieses feinen Engels, dieser lieblichen Stimme, der Feind lag und lauerte. Er erkannte am Inhalt, dass es hier der Versucher war. Deshalb antwortete er ihm sehr klar und deutlich. Er geht nicht in eine Diskussion ein. Er sagt ihm, ich bin ein Mensch. Ich bin der Menschensohn. Und der Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von einem jeden Wort, das aus dem Munde Gottes geht. Christus konnte den Versucher erkennen an seinen Worten, nicht an der Art, nicht am und dem Auftritt, an dem Inhalt. Und lasst uns deshalb schauen, wie können wir, wie können wir in unserem Leben, in unserem Alltag natürlich selber nicht Verführer sein? Aber wie können wir vor allem erkennen, was von Gott kommt und nicht? Wie können wir erkennen, ob jemand uns verführen will und hinter der Maske des schönen Redens sich nicht der Feind und unsere Seelen und unseres Herzens verbirgt? Ich möchte dazu die Bibel nehmen und einen Teil aus dem Kapitel 26 der Sprüche lesen und das ab Vers 22. Die Worte des Verleumders sind wie Leckerbissen. Sie drinnen ins Innerste des Leibes, Silberglasur über ein irdenes Gefäß gezogen, so sind feurige Lippen und ein böses Herz. Mit seinen Lippen verstellt sich der Hasser. Und in seinem Herzen nimmt er sich Betrügereien vor. Wenn er schöne Worte macht, so traue ihm nichts, denn es sind sieben Gräuel in seinem Herzen. Hüllt sich der Hassentäuschung, so wird seine Bosheit doch offenbar in der Gemeinde. Wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein und wer einen Stein auf andere wälzt, zudem kehrt er zurück. Eine Lügenzunge hasst, die von ihr zermalmten und ein glatter Mund richtet Verderben an. Ich denke, diese Worte drücken das sehr deutlich aus, dass es hier Situationen gibt, wo man nicht mit dem offensichtlich Bösen an jemanden herantritt, wo man nicht offensichtlich etwas, jemanden zum Bösen versuchen will, aber man kommt es unter dem Deckmantel des Guten. Hier ist die schlimmste Art der Versuchung, weil wir sind gemacht zum Guten. Gott hat unseren Geist so eingestellt, dass er auf das Gute sich stützt, dass er zum Guten hingezogen ist, zum Schönen, zu den wunderbaren Worten, zu dem, ich sage es mal, zum Leckerbissen, zu dem, was gut schmeckt. Und jetzt wird das Gute so verdreht, dass es böse ist. Und hier ist für mich der schlimmste, für den Menschen zu erkennende Versuchung, weil er ja, wenn er nicht Acht gibt, sehr leicht, sehr leicht hineinfällt. Und dann geht es ihm nicht gut. Er wird es erkennen. Am Ende kommt es doch heraus, dass er dem Versucher und in seine, ich sage jetzt mal, Falle hineingegangen ist. So, wie kann ich erkennen, ob jemand, der freundlich tut, jemand, der, ja, mit brünstigen Lippen was erzählt, wo kann ich erkennen? Wenn äußerlich nichts erkennbar ist, dass es falsch ist, wie kann ich dennoch sehen, dass es eine Lügenzunge ist, die da spricht? Ich denke, hier bleibt uns nur eine Lösung. Und das ist, das Wort zu kennen. Das Gesetz zu kennen, den Inhalt zu verstehen, so dass, wenn der, wenn die äußere Form hundertprozentig stimmt, wir dennoch unterscheiden können. Aha, das ist zwar eine gute Form, verbirgt aber dennoch den Gift, das Gift der Schlange, das Gift des Todes. So, ich denke, wir brauchen eine klare Unterscheidungsfähigkeit, wie wir die Lüge und die Wahrheit voneinander trennen können. Wenn man hier die Lüge tut und hier die Wahrheit dann gibt es natürlich zwischen den beiden keine Gemeinsamkeiten. Keine Gemeinsamkeiten. Man, es mag wohl so aussehen manchmal, dass die sehr ähnlich aussehen. Aber sie sind grundverschieden. So, wie kann ich unterscheiden? Ich muss am Inhalt den Inhalt kennen. Ich muss wissen, an dem, was gesagt wird, ob es richtig ist und nicht. deshalb wäre es entscheidend, die Wahrheit zu kennen. Und ich sage hier das immer wieder, die Wahrheit ist das Gesetz. Es sind die Gesetze Gottes, weil an ihnen gibt es nichts zu rütteln, sie sind nicht veränderbar. Und kennen wir sie nicht wirklich, werden wir verführt sein und fallen. So, Jesus kannte die Wahrheit über den Menschen. Er kannte die Gesetze. Er kannte, wovon der Mensch lebt. Und als Satan kommt und sagt, okay, du musst jetzt etwas tun, sonst stirbst du. Da wusste Jesus, mein Leben ist nicht abhängig von mir. Und es ist nicht abhängig letztendlich von dem Brot. Es ist aber abhängig von den Worten Gottes. Es ist abhängig, dass es lebt und existiert für alle Ewigkeit von dem Wort, von dem Gesetz. das Brot auch. Aber das hängt nicht das Leben letztendlich ab. Ja, das irdische vielleicht, aber das ewige Leben hängt nicht davon ab, ob ich Brot esse oder nicht. Das ewige Leben hängt davon ab, ob ich in der Wahrheit meinen Geist verankert habe und weiß, dass mein Leben von Gott abhängig ist und nicht von einem Menschen und nicht vom Brot. Hier denke ich, ist die Täuschung so schwierig zu erkennen, wenn der Mensch den Geist Gottes nicht hat, dann hat er auch die Wahrheit natürlich nicht. Wenn es so was offensichtlich ist wie Brot, wenn man mit etwas versucht wird, was so offensichtlich notwendig ist, aber im falschen Kontext kommt. Ja, wir alle müssen arbeiten, sage ich, die Bibel sagt uns, dass wir essen sollen und essen haben. Wir haben auch in der Betrachtung, in den Sprüchen sehen wir, Faulheit ist nicht in Gottes Plan. Faulheit kommt nicht von Gott. Aber wir müssen dennoch einen Unterscheidungsfähigkeit haben von dem, wovon unser Leben tatsächlich abhängt. Und Jesus hat es sehr deutlich gemacht, auch in seiner Sprache in Johannes 6, wo er sagt, wer mich isst und mein Blut trinkt, der hat das Leben. nicht wer das Manna in der Wüste ist. Ich bin das Manna. So, Jesus wusste in der Versuchung, dass sein Leben nicht vom Brot essen abhängig war. Es hing nicht am Brot. Das Brot ist notwendig, aber was das Leben bestimmt, ist das Wort Gottes. Und dieses Wort Gottes hätte erbrechen müssen, er hätte sich über Gott stellen müssen, um sich Brot zu machen. Weil es kann sich keiner Brot machen, kein Mensch. Aber er stellte sich unter Gott als Mensch und sagte, ich bin Gott abhängig. Mein Leben hängt von meinem himmlischen Vater. Ich kann mir kein Brot machen. Und wenn ich versuchen würde, würde ich versuchen, das zu tun, was des Vaters Arbeit ist, nämlich er ist der Erzeuger des Brotes. Ich kann es ja nur zubereiten und essen. Jesus war versucht, etwas zu tun, was nicht seine Aufgabe ist als Mensch. Aber weil er eben der Sohn Gottes war, hätte er es gekonnt, was ich natürlich nicht kann. Aber ich übertrete das Gesetz an derselben Stelle, indem ich mich verführen lasse, etwas tun zu wollen, was ich nicht kann und nicht in meinem Bereich das Handeln ist. So, die Wahrheit erkennen, den Inhalt kennen, ist entscheidend, um dem Verleumder nicht auf den Leim zu gehen, um nicht in die Not zu kommen, um sich betrügen zu lassen. Weil es gibt so viele Menschen heute, die sich auf dieser Stelle betrügen lassen. So viele, so viele Ideen, die die Menschen haben können, wo sie sich nicht nicht auf ein so spricht der Herr Gründen, sondern auf Dinge, die meistens nicht zu fassen sind für den Menschen. Und so verführt uns der Böse und bringt uns in Not und Elend. so den Inhalt zu kennen ist entscheidend. Jesus hat gewarnt und auch wir finden das in Petrus, in seinen Briefen, dass in die Gemeinde Wölfe kommen werden. Die werden nicht so aussehen als Wölfe. Die werden nicht so aussehen als ob sie kämen, um etwas Böses zu bringen. Nein, nein, diese Wölfe sind in Schafspelzen. Das heißt, sie tragen die Maske des Guten. Sie sind Engel des Lichts, so wie sie der Paulus im ersten Korinther elf, glaube ich, Kapitel beschreibt. So, sie sind Personen. Die kommen in die Gemeinde. Die kommen unter das Volk Gottes. Sie sind nett. Sie sind konservativ. Sie sind in ihrem äußeren Benehmen eins A. Sie sind geschult. Sie haben eine Doktortitel oder nicht, aber sie sind geschulte Menschen. Und sie kommen. So beschreibt sie die Bibel wie Löwen, die Gemeinde zerreißen. und sie haben offensichtlich oder anscheinend eine gute Botschaft. Und sie haben, und das ist wichtig zu erkennen, wie immer, wie immer, wo Versuchung funktioniert, und das ist gut, wenn man das Gesetz kennt, sie haben immer Sonderthemen. Es sind immer Bereiche, die entweder unter Gründen passen oder am Rande stehen, die sie in den Mittelpunkt stellen. Sie bringen diese Themen hinein und es ist erstaunlich, wie der Mensch auf sie reinfällt. Es ist erstaunlich, wie der Mensch sich dem das Thema nimmt und sich auseinandersetzt und nicht erkennt, dass das nur eine Verführung des Bösen ist. Ich nehme jetzt nur das, was so aktuell ist in der Gemeinde selbst und in den anderen Kirchen, das Thema der Ordination der Frau. Und vielleicht befasst sich ja nicht jeder damit und nicht jeder hat ein Interesse daran, aber wenn man sich so ein bisschen die Seiten anschaut, ja, jeder versucht ein gutes Gewand zu tragen und jeder hat Argumente, aber ich persönlich habe diese Haltung, dass ich über dieses Thema gar nicht reden würde. Ich würde mich gar nicht hinein versuchen lassen, mich dort zu verfangen, weil für mich ist es kein Thema, es ist keine Sache, die jetzt vordergründig ist und die uns jetzt beschäftigen sollte. Es ist eine Ablenkung von dem richtigen Dienst, von der Charakterentwicklung eines Menschen, von dem Charakteraufbau und daher, dass der Mensch ein Licht wird in dieser Welt für den Herrn. Es ist ein Thema der Administration, ich sage jetzt mal, ein Verwaltungsthema und Verwaltungsthemen und Verwaltung sollte da sein, um das Leben zu erleichtern. Aber sehr häufig findet man, ob man das in den Krankenhäusern manchmal sieht und die Ärzte, die Verwaltung und die Ärzteschaft, manchmal sind es ja auch Ärzte, die in der Verwaltung sind, aber da gab es immer Reibereien, weil der Arzt weiß, so musste man die Sache tun, aber die Verwaltung sagt, nein, nein, die Sache muss so gemacht werden und so hat man ein Verwaltungsthema, und ich sage mir, Verwaltung hat ihren Platz, aber sie ist nicht zentral. Sie sollte unsere Köpfe nicht beschäftigen, vielleicht die paar, die sich damit auseinandersetzen müssen, wir sollten wissen, was ist im Zentrum unseres Tuns und das ist unser Charakter, unser Wesen, wenn es nicht den Herrn darstellt, dann kannst du ordinieren oder nicht ordinieren, dann kannst du beschnitten sein oder unbeschnitten sein, dann kannst du Mann sein oder Frau sein, es zählt nichts und das ist es, was wir in der Versuchung nicht verstanden haben und nicht verstehen offensichtlich. Es ist dieselbe Masche, die Satan bei Jesus anwendet, die wendet er heute genauso an. Es sind immer Randthemen, ob das dann die Prophetie ist, die Person Gottes, ob das die Person des Heiligen Geistes, die Person Christi, ob es, ich weiß es nicht, welche Randthemen, sage ich mal. Ja, natürlich für die, die denken, das ist kein Randthema, für die ist es zentrales Thema. Ja, was ist jetzt zentral und was ist peripher? Und hier denke ich, können wir nur anhand der Bibel gehen und sie sagt, zum Gesetz und zum Zeugnis, was mein Leben steuert, ist nicht die Prophetie. Was mein Leben steuert, ist das Gesetz, die Liebe Gottes. sie ist es, die alles trägt und sie muss ich, nicht nur reden davon, sie muss ich erfüllen, damit ich lebe. Und wer das Zentrale hat, der hat auch die Peripherie, sage ich mal, korrekt. Wer sie aber in der Peripherie verliert, der verliert das Zentrale. und der Böse weiß, er kann nur verführen, wenn man die Dinge nicht richtig kennt, wenn man ihre Ordnung nicht versteht. Und so kann man dann leicht in die eine oder andere Seite fallen. Und es schmerzt mich, wenn ich sehe, wie viele Menschen gefangen genommen werden von Randthemen. Ich will nicht sagen, dass sie unwichtig sind, aber alles hat seinen Platz und seine Zeit. Und wenn man das verwechselt, ist man verführt. Das ist die Lüge, das ist das, was Satan machen konnte in diesem Universum. Er kann nur den Platz und die Ordnung und den Zeitpunkt verändern, er kann ja die Realität nicht verändern, er kann die Dinge, wie sie sind, nicht verändern, er kann uns nur verführen, damit wir sie falsch verstehen und dann gehen wir in der falschen Art und Weise vor. So, wir brauchen zu erkennen die Ordnung der Dinge. Wir müssen das Zentrum und den Rand kennen, um zu verstehen und nicht verführt zu werden. Es ist dasselbe und ich erwähne es immer wieder in der Medizin und in unserer Botschaft der Gesundheit. Das, was an dem Rand ist, das wurde zentral gemacht. Und was zentral ist, ich würde fast sagen, hat man gar nicht mehr drin. Die Liebe findet keinen Platz in der Medizin. Es gibt kein einziges Fach in der medizinischen Wissenschaft, das von Liebe spricht, das die Liebe studiert und das sagt, welchen Einfluss hat die Liebe denn auf das Leben? Welche Rolle spielt die Liebe im Leben eines Menschen? Das gibt es für einen Arzt nicht. Damit beschäftigt er sich nie. Und auch kein gläubiger Arzt. Und wenn du jemandem heute kommst und sagst, naja, die Liebe macht, der Mangel an Liebe macht dich krank, sie macht eine Arthrose krank, dann kann man vielleicht den Salomon zitieren und sagen, ja, ein betrübtes Herz vertrocknet die Knochen, aber man sieht es nicht. Und so kann der Mensch heute verführt werden. In alle Richtungen. Gehst du zu dem Doktor, der sich mit Infektionen betraftet, dann kommt eine Autoimmunkrankheit, weil dich eine Zecke gebissen hat. Gehst du zu dem Doktor, der die Nährung schwört und die Nahrung im Zentrum hat, dann musst du vegan und das und jenes und das andere werden und dann ist es die Ernährung, die dich krank gemacht hat. Dann gehst du vielleicht zu so einem Doktor, wie mich der Herr gemacht hat oder erzogen hat, der sagt, an deinem Geist ist die Not. Er macht den Körper krank. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass mir jemand glaubt, gegenüber den anderen? Ist doch gering oder nicht? Weil, was ist denn schwieriger zu tun? meine Gedanken machen mir meine Krankheit? Meine Schilddrüse, mein Immun, meine Leber? Ist es nicht mein Essen? Und so versuche ich zu zeigen, dass die Liebe das Zentrale ist im Leben des Menschen und zeigen, dass das Nervensystem von der Liebe lebt und dadurch alles in Bewegung gesetzt wird durch die Liebe. Es ist ja auch selbstverständlich, weil ja Gott ist die Liebe und er hat uns gemacht, dass wir mit seinem Mittel funktionieren. Ganz klar, Jesus wusste es. Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Und gerade diese Lektion zu lernen, hat Gott sie in der Wüste getragen. Damit sie das verstehen, lest es in 5. Mose Kapitel 8 in den ersten drei Versen. Was das Thema war, was Gott wollte Gott den Israeliten beibringen, indem er sie fasten ließ. Gerade dass sie verstehen, dass ihr Leben nicht von Essen abhängt als Leben, sondern von der Liebe abhängt. Und so ist der Mensch betrogen. Satans Klügelei ist das zu verändern. Und so siehst du nicht hinter die Maske. Und du erkennst es nicht, weil es ja nicht Schlechtes ist, was vordergründig gebracht wird. Es ist ja nicht offensichtlich böse. Dennoch ist es nicht das Richtige. Deshalb ist es mir so wichtig, dass wir ein klares Konzept haben, dass das, was Gott uns offenbart hat, in seiner Klarheit wir uns danach richten, dass wir das Randthema dem Rande zuordnen, dass wir die Themen, die uns zu schwer und zu groß sind, dem Ganzen sagen, okay, das kommt danach, bin ich in der vom Leben, bin ich von Gott jetzt abhängig, habe ich meine Beziehung zu Gott und werde ich von Gott geführt oder nicht, wird mein Leben besser oder wird es schlechter unter dieser neuen Lehre, die ich eingehe, bin ich jetzt fröhlicher und glücklicher, wenn ich mich diesem Randthema, ich sage es mal, der Prophetie zugewandt habe und jetzt Details wissen will, die so häufig spekuliert sind, die ja, natürlich muss das Konstrukt gut gebaut sein, es muss irgendwie logisch zusammenhängen, aber bitteschön, kann ich es prüfen oder bleibt es eine reine Sache, sage ich jetzt mal und wohin führt es mich? Ja, das heißt, kann ich eine Sache nachvollziehen? Meistens kann man es, ich versucht wird uns klarzumachen über Prophetie, weil ich studiert habe von Kind auf und ich sage mir, wenn war ich ganz falsch von Kind auf, wo ich Dinge verstanden habe, soll ich das jetzt alles auf und sicherlich prüfe ich es, aber ich kann doch nicht etwas, was ich über Jahre geprüft habe, jetzt verwerfen, wenn jemand kommt und mir eine ausgeklügelte Idee bringt, die aber letztendlich in der Praxis nirgendwo hinführt, ja, mir nur die Zeit nimmt der Beschäftigung, aber mich nicht stärkt in meinem Charakter, um ein Mensch zu sein, der Gott darstellen kann, in der Anfechtung, was macht die Botschaft mit dir, die du aufnimmst? was macht sie? Tötet sie die Sünde in dir? Tötet sie das eigene Ich? Bist du verändert worden durch diese Botschaft, die du angenommen hast, zum Guten oder bist du ein Feind geworden der Menschheit? Bist du einer geworden, der mit dem Finger zeigt? Bist du einer geworden, der kritisiert von morgens bis abends, der unzufrieden ist mit allen Umständen, die in denen sich die Gemeinde oder die Welt und die Gesellschaft befindet? Wo stehst du? Ja, eins ist, die Dinge zu sehen und zu betrachten, aber die andere Seite ist, wie gehe ich, wie reagiere ich darauf, wie gehe ich damit um? Deshalb prüfe dich und schaue, ob du auf gutem Wege bist, ob du nicht vielleicht irgendwo der ausgeklügelten Schlauheit der Schlange verfallen bist, indem du dich auf Randbereiche setzt, indem du das, was nicht im Zentrum steht, ins Zentrum setzt und allumfassend in einem Leben wird und du vergisst letztendlich, dass das Zentrum was anders ist. Alles hat seine Ordnung, alles hat seine Zeit und wenn wir es nicht in der richtigen Ordnung und in der Zeit sehen, dann sind wir verführt, dann haben wir nicht mal eine Wahl zu überstehen und Jesus sagt, Satan wird es tun, dass er auch die Auserwählten, das heißt die, die Gott vorbereitet, seine Repräsentanten zu sein, seine Menschen, die seinen Charakter darstellen, dass wenn es ginge, auch sie verführt wird. Das ist eine ernste Warnung. Deshalb muss ich mich prüfen. Deshalb muss ich mich ständig prüfen. Ich muss vielleicht nicht das prüfen, was ich schon geprüft habe, weil das muss einmal geprüft sein und vielleicht wird es zwei, dreimal geprüft und dann ist es fest, dann lässt man es liegen, dann hat man nichts mehr zu prüfen, man hat die Dinge erledigt, dann kommt das nächste, dann muss man den nächsten Baustein nehmen und der muss zementiert werden und der nächste Baustein genommen werden und der muss zementiert werden im Charakter und so wächst der Bau. so ein Charakterbildung ist prüfen, festigen, vorwärts gehen. Prüfen, festigen, vorwärts gehen. Der nächste Punkt, der nächste Punkt, bis alles fest ist. Aber ich kehr doch nicht wieder zurück, wenn ich etwas einmal schon hundertprozentig habe. Sonst wäre das Leben ein Zweifel. Sonst würden wir nur noch zweifeln an allem. Nein, wir haben das feste Wort Gottes, wir haben das prophetische Wort Gottes, wir haben das Gesetz, wir haben Festigkeit, auf das können wir bauen und stehen, das müssen wir nicht von Zeit zu Zeit verändern. Weil eine neue Erkenntnis gekommen ist, ja, Erkenntnis ist progressiv, wir werden immer mehr erkennen, aber das ist nie Widerspruch zu dem, was wir einmal erkannt haben. Wenn es ein Widerspruch ist, dann war entweder das Erste falsch oder das Zweite ist falsch. Was sich widerspricht, kommt nicht zusammen. Ich hoffe, dass wir das verstanden haben. lasst uns zu einigen anderen Themen kommen hier in den Sprüchen über das, was ich sage, zentral ist, wie wir die Wahrheit leben sollen. Und hier in Sprüche 25, Vers 28 steht ein Satz, der sehr bezeichnend ist und an dem ich arbeite und den ich möchte, dass in meinem Leben so nicht mehr ist. Steht so, wie eine Stadt mit niedergerissenen Mauern, so ist ein Mann, der seinen Geist nicht beherrschen kann. Selbstbeherrschung, wir haben schon, ich spreche viel über dieses Thema, weil es an der Basis, es ist ein zentrales Thema des Menschen. Wenn ein Mensch sich nicht beherrschen kann, dann sind seine Mauern niedergerissen, er ist vulnerable, der Feind hat jeden Eintritt bei ihm. Null Probleme. Seine Mauern, er ist dem Feind völlig ausgeliefert. Der Feind wird ihn einnehmen, weil er hat ja keine Mauern. Und ich finde das Bild phänomenal und fantastisch. Zumindest hat es in die Zeit damals super gepasst, weil die Stärke einer Stadt war die Mauer. Das, was sie wirklich hielt, war die Mauer. Ich war vor kurzem in einer Stadt in Asien, wo mitten in der Stadt ein Palast ist. Und der Palast ist umringt mit hohen Mauern und breiten Mauern. Und um die Mauern herum, also vor den Mauern, hat man einen großen, breiten Kanal gegraben mit viel Wasser, so dass man an die Stadt nicht herankam, an die Mauern. Man hätte erst durch das Wasser und im Wasser konnte man Krokodile tun und allerhand Schlangen und Tiere, die gefährlich sind für jemanden, der da hinein will. Und hätte er das Wasser erst mal überwunden, dann hätte er als nächstes die Mauer überwinden müssen und so hat man auf Sicherheit gebaut. Und genau so, meine Lieben, können wir nur sicher sein, um den Verführer hinter der Maske zu erkennen, wenn wir Selbstbeherrschung haben. Und die Selbstbeherrschung ist die Konsequenz eines oder die Folge eines Geistes, der verbunden ist mit dem Geiste Gottes. Deshalb sagt er hier, so ein Mensch, der seinen Geist nicht beherrschen kann, weil Selbstbeherrschen ist eine Sache des Geistes, nicht des Körpers. Der Geist muss in der Lage sein, die Dinge in der Hand zu haben. Der Geist sollte in der Lage sein, alles zu checken und alles in der richtigen Art und Weise zu erkennen und er sollte sich beherrschen können. Wenn er das nicht kann, dann ist er für den Feind so oder so zugänglich, hat keine Mauern, hat kein Wasser rundherum, er wird verführt werden. Er wird verführt werden. Eines der Dinge, die ich fürchte für mich ist, dass ich mich selbst betrüge, dass ich irgendwo einen Fehler in meinem ganzen Wandel habe und in eine falsche Richtung gehe. Und weil ich diese Furcht habe, will ich mich nicht auf mich verlassen, sondern auf das Wort, weil sonst habe ich nichts. Und dieses Wort muss in mein Leben eingepflanzt werden. Es muss mir die Selbstbeherrschung bringen. Es muss die Mauer aufbauen. Es muss die Lücke schließen, wie Jesaja es sagt, in Jesaja 58. Die Mauer muss geschlossen werden, damit wir überwinden können in diesen letzten Tagen. Aber es war gestern, da habe ich diesen Text gelesen, ihr kennt ihn, ich kenne ihn auswendig aus Offenbarung Kapitel 21, ich glaube es ist Vers 7, wer überwindet, der wird alles ererben und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Wer überwindet und der Überwinder hat eine feste Mauer, er hat seinen Geist unter seine Kontrolle wiedergebracht durch das Wort Gottes, durch den Geist Gottes, weil er lebt von diesem Wort, unser Geist. Da der Geist das Leben gibt, lebt der Geist von Wort, Er lebt nicht von der Nahrung, er lebt nicht vom Apfel und von der Birne oder von der Banane. Ja, er braucht das, um zusammen mit dem Körper zu existieren und als Einheit zusammen funktionieren sie ja nur, aber letztendlich ist der Geist das Wort und dem Körper gibt man die Speise, aber beides ist entscheidend, deshalb sagt er ja auch hier, dass man Honig essen kann und dass das einem gut tut. So, das ist zentral. Ich brauche eine Mauer. Ich brauche den Geist Gottes. Ich muss den Geist beherrschen. Dann kann ich auch alle anderen Dinge kann ich mich aber nicht beherrschen. Dann wird es schwierig alles andere zu tun und man kann allen jeden Geist kann man prüfen an dieser Sache ob er beherrscht ist oder nicht. Ich möchte am Schluss noch einige Beispiele sagen von der Art und Weise wie sich das Herz offenbart. Wir haben einige Beispiele hier in den Sprüchen in diesen Kapiteln über das wie man mit Worten umgeht. Und eines der die man hier hat ist das Scherzen im Kapitel 26 steht Wie ein Wahnsinniger der feurige und todbringende Pfeile abschießt so ist ein Mensch der seinen Nächsten betrügt und dann spricht Ich habe nur gescherzt. So wo sind denn Witze einzuordnen in unserem in unserer Kommunikation? Wo sind sie denn hinzutun? Und ich denke Witze und Witze sind ja intelligent gemacht aber Witze sind keine Wahrheit weil sie sind ein Gemisch von Wahrheit und Lüge deshalb sollten Witze und Scherze im Leben eines Menschen nicht sein sie waren in meinem Leben ziemlich zentral vor meiner Bekehrung und man liebt es Witze zu haben wieder zu erzählen um andere zum Lachen zu machen aber Witze sind nicht das Zeugnis eines beherrschten Geistes und sie sind nicht das Zeugnis dass die Quelle woher man kommt eine göttliche ist ja sie sind schlau aber schlau heißt nicht wahr ja sie mögen einen Teil der Wahrheit beinhalten aber sie haben sie nicht ganz so sind Witze nicht etwas was ein Mensch in seiner Kommunikation mit einem anderen Mensch benutzen sollte das man könnte sagen so dass die andere Seite des Witzes könnte man vielleicht hier sehen die Parabel das Gleichnis ein Gleichnis ist etwas das man benutzen kann es sagt aber eine Situation aus die eine Lehre beinhaltet die man sonst nicht vielleicht so leicht erklären könnte so Gleichnisse sind richtig aber Witze sind ich sag jetzt mal eine Art Gleichnis eine Art Scherz die den Menschen verführen sie mögen nicht so aussehen sie kommen hinter einer wahren Maske aber sie sind letztendlich die Zerstörung vom Bösen so lasst uns an Witzen an Scherzen nicht festhalten lasst uns auch die Menschen die scherzen wir wissen dass sie irgendwo betrogen sind wir richten sie nicht wir bitten für sie wie können man ihnen helfen dass sie erkennen dass in ihrer Not sie sich betrügen man kann das denen nicht immer sehr direkt sagen weil dann vielleicht nicht der richtige Zeitpunkt so man muss geschickt vorgehen aber man muss es erkennen was ist richtig und was ist falsch so andere Dinge wir haben über das Verleumden gesprochen wir haben gesehen dass es Menschen gibt die reden meistens über andere und ich denke verleumden oder über andere reden ich füge hier noch an Böses über die Fehler anderer Böses reden oder auch nur über die Fehler andere reden das ist nicht eine Methode des Geistes Gottes so wenn wir sehen dass Menschen diese Neigung haben in ihrem Versuch uns vielleicht eine neue Wahrheit darzustellen und sie haben gewisse Personen die sie dann angreifen und über die sie sprechen und über die sie etwas erklären dann müssen wir wissen hier müssen alle Lampen dann brennen und zeigen okay das kann nicht der Geist Gottes sein weil die Bibel wir haben es hier gelesen in den Sprüchen verleumder das sind das sind Worte die gehen runter wie Leckerbissen aber aber letztendlich sind sie zerstörerisch so es ist so wichtig dass man dass wir hier das verstehen dass es nicht ein ein göttliches Merkmal ist wenn über andere geredet wird wenn man wenn der Ruf der anderen geschädigt wird und wir haben ja den Text und vielleicht lese ihn in der Betrachtung ich lese vielleicht hier ab Vers 10 oder Vers 9 Kapitel 25 Trage deine Streitsache mit deinem Nächsten aus aber das Geheimnis eines anderen offenbare nicht das heißt ja hier geht es auch um Vertrauens Sache damit nicht er dich beschimpft der es vernimmt und dein übler Ruf nicht mehr weich und dann hier die goldene Äpfel in silben Schalen so ist ein Wort gesprochen zur rechten Zeit so wir wollen in unserem Ruf wir wollen in dem was was wir mit anderen reden wir wollen nicht verleummen wir wollen deren Fehler nicht offenbaren wir wollen keine Geheimnisse von anderen preisgeben ist keine gute Qualität nichts Gutes wenn man im Gespräch mit anderen über die Fehler anders spricht und ich habe mich hier schon häufig vorgenommen das nie mehr zu tun es ist so leicht da hinein zu fallen so leicht es ist das irdische Herz der nicht beherrschte Geist der sich so leicht stürzt auf die Fehler anderen und und sie zer pflückt denken der ist jetzt besser dran dabei ist der schlechter dran so wir wollen nicht Geheimnisse offenbar wir wollen nicht verleumden wir wollen nicht schlecht reden über andere wir wollen nicht hinterlistig sein ja die hinterliste die geht nicht mit mit einer mit der Haltung des Charakters Gottes einher und wir wollen nicht zänkisch sein hader eines der dinge die ich früher nicht nur aus der kritik aber ich schreibe es hier irgendwo höher hoch ist die kritik oder der die bibel sagt immer hader oder zank provokation es ist etwas phänomenales der der mensch liebt provoziert zu werden in seinem fleischlichen herzen in seinem betrogenen herzen liegt die provokation fast im zentrum man will provozieren ob das jetzt ist provozieren und protestieren ob das jetzt ist mit der kleidung mit irgendetwas man man muss irgendwas raussagen das so provokant ist dass das schockierend ist und ich muss auch sagen auch hier habe ich viele fehler gemacht und wahrscheinlich tue ich es manchmal noch ohne dass ich meine mauer aufgebaut habe der selbstbeherrschung warum mag der mensch den anderen regen und ihn provozieren warum will man ihm nicht schön die dinge ja mit fragen aber man muss doch nicht provokant sein man muss doch nicht den die die not des anderen irgendwie ausnutzen indem man ihn jetzt provoziert provokation ich schreibe es hier oben auf ich hoffe hier unten es wird noch provokation provokation ist ein mittel nicht gottes gott provoziert nicht in seinem reden und handeln er ist verständlich mit der unkenntnis des menschen und er versucht ihm daraus zu helfen er 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 tut das nicht um jemandem ja zu erregen provokation ja es ist manchmal sagt jemand der von Gott kommt Dinge die nicht verständlich so leicht sind aber es war Jesu Absicht nicht oder Jesus hat nicht provoziert er hat Dinge benutzt in seinem Alltag die die meisten schon kannten aus ihrer Geschichte er hat aus dem aus dem ganzen System in dem das Judentum aufgebaut war hat er Bilder benutzt auch dort wo man meint ja es hat er provoziert als er sagte zerstört diesen Tempel und in drei Tagen werde ihn wieder aufbauen aber hätte man die die waren das waren alles geschult und studierte Menschen von der Schrift dann hätte man verstanden was er spricht und dass Jesus nicht provozieren wollte aber er hat es gesagt weil er wusste er will seinen Jüngern helfen dass sie eines Tages es verstehen so ja es mögen manchmal Dinge aussagen die nicht für jeden leicht Verständnis sind aber wir haben doch nicht die Absicht oder wir benutzen nicht das Mittel der Provokation der Herausforderung und auch hier denke ich müssen wir ausgeglichen sein und schauen eins ist eine Herausforderung wenn man einen Berg hochsteigen will und was anders ist wenn man jemanden auf der geistigen Ebene herausfordert und der versagt und dann triumphiert man über ihn das meine ich mit Provokation ich weiß es besser wie du das ist das ist die falsche Haltung des Geistes des Menschen die so tief eingedrückt ist in ihm und ich möchte sie besiegen oder beenden mit diesem Satz hier der der so groß ist bei Vers Kapitel 12 Vers 26 siehst du einen Mann der sich selbst für weise hält so kannst du für einen Toren mehr Hoffnung haben als für ihn siehst du einen Mann der sich selbst für weise hält die Bibel benutzt das häufig auch der Jesaja sagt weh dem Menschen der sich für weise hält und ich habe es mir an die Wand geschrieben weil ich vulnerable bin weil ich hier verletzbar bin weil ich hier so leicht mich für weise einschätzen könnte und dann benutze ich halt Mittel der Provokation ich bin weise wie du ich zeige dir es jetzt wo es lang geht oh es ist so zerstörerisch wie Bibel sagt wer sich selbst für weise hält der an einem Narren ist mehr und dennoch dürfen wir uns nie für weise halten weil wir nutzen ja nur die weisheit wir müssen liebevolle menschen sein aber wir sind nicht die liebe die nutzen wir nur die kommt von Gott Gott ist die Liebe Gott ist die Weisheit wir sind nicht weise aus uns heraus wir nutzen sie nur deshalb werden wir uns nie selbst für weise und klug halten wir werden uns nicht erheben über andere und dennoch werden wir durch Gottes Gnaden sehr klug und weise handeln und wissen was zu tun ist aber wir werden uns nie als weise sehen wir werden uns nie betrachten sagen aha ich bin das ist stolz das ist das Herz des unbeherrschten Geistes lasst uns zusammenfassen diese heutige Betrachtung wir wollen in der Lage sein sowohl nicht zu verführen also nicht verführt zu werden aber auch nicht zu verführen wir wollen in Gott leben und wir wollen mit Christus wachsen in seiner Gnade und wir wollen dabei nicht andere unser Leben so gestalten unsere Worte so verwenden dass wir auf dieser Seite der Lüge sind wo doch Dinge anscheinend wahr sind und dennoch falsch wo das Ganze ein bisschen verdreht gekrümmt ist und damit ist es eine ganze Lüge wir wollen also nicht das Mittel benutzen aber wir wollen auch nicht in die Versuchung fallen das zu tun also das darauf einzugehen wir wollen also in der Lage sein das zu erkennen was hinter der Maske ist wir wollen uns vor dem vordergründigen nicht betrügen lassen wir wollen in die Tiefe gehen wir wollen forschen wir wollen wir wollen nachgucken und wir wollen einen Geist haben durch Gottes Gnade der der unterscheiden kann von dem was zentral ist und dem was peripher ist was randständig ist wir wollen sehen wohin führt uns eine randständige Betonung wenn das nicht im Einklang ist mit dem zentralen Thema und wir wollen sehen wo führt es uns hin wenn wir auf sonderlehren sage ich mal eingehen die nicht am zentralen Punkt hängen sondern irgendwie ausgenommen werden gepflückt werden und jetzt in den Mittelpunkt gestellt werden wie wenn das alles ist wir wollen vernünftig werden weise werden durch Gottes Gnaden und einen selbst beherrschten Geist haben der dann eine feste Mauer ist für alle Anfechtung des Bösen an uns aber wir werden dann auch ein Bild sein und ein Vorbild meine ich für andere wie sie mit Gott wandeln sollen und was die Wahrheit letztendlich ist wir wollen Worte der Weisheit und wir wollen Worte der Wahrheit benutzen wir wollen die Mittel anwenden die göttlich sind um ein Herz zu erreichen und nicht ein Mittel das nicht göttlich ist so wollen wir Gott bitten dass er uns hilft und uns offenbart den Trug unseres Herzens zu sehen und ihn abzulegen und damit können wir auch erkennen den Trug der von außen kommt und auch den nicht eingehen drauf sondern so wie Christus wunderbar antworten können deshalb lasst uns das ins Zentrum tun was ins Zentrum gehört das ist das Leben kommt von Gott das ist das Gesetz Gottes das den Geist lenkt das sind die zehn Gebote das ist der Ausdruck seines Wesens seiner Liebe als Gott ja er hat auch die physischen Gesetze gemacht und er steht auch hinter diesen Gesetzen aber sie sind gesteuert von den geistigen Gesetzen ja unsere Leber ist eine reine physische Sache und sie wird gesteuert von meinem Geist ob sie richtig funktioniert oder nicht sicherlich ist sie beeinflusst von dem was in sie hineinkommt und sie verarbeiten muss aber das was sie verarbeitet das steuert sie nicht das kann sie nicht steuern steuern kann die Leber nur der Geist so ich hoffe dass wir den Unterschied machen können dass wir das Zentrum und die Peripherie erkennen und sagen okay was damit meine Leber gut funktioniert ist es nicht erstens entscheidend was ich esse das ist es weil die Leber muss ja das verarbeiten und sie mag dadurch durch die Verarbeitung so manchen Schaden erleiden aber was sie was letztendlich die Leber steuert ist die Liebe Gottes mein Denken mein Geist und nicht die Sachen verwechseln und vermischen so die Erkenntnis der Wahrheit ist entscheidend um nicht die Maske des Bösen und der Versuchung als richtig anzusehen und hinein zu fallen und am Ende verführt zu sein Möge Gott uns die Gnade schenken von Tag zu Tag ihm immer näher zu kommen und uns weder das zentrale Thema vernachlässigen noch den Randbereich aber vor allen Dingen dass wir die klare Ordnung beibehalten Amen T T T T T Amen.